also die gopro wird bestimmt nicht mitarbeiter des monats ich glaube die nimmt schon wieder nicht auf gestern die hälfte von den aufnahmen weg heute will nicht was ist die da hinten blinkt noch was macht ihr da warum tut ihr das unglaublich nimmt einfach nicht auf und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020